Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder und heute machen wir einen der Driver Cocktails und zwar machen wir heute All Night Long, das ist ein Cocktail für alle die, die immer fahren dürfen, müssen, sollen ja und schreibt mal eure Lieblings Driver Cocktails in die Kommentare oder welche ich mal nachmachen soll für euch lasst ein Abo hier auf YouTube und ein Like auf Facebook da, da freue ich mich und dann starten wir jetzt wir nehmen uns einmal unseren Shaker und füllen hier uns kalten Früchtetier rein und ich mache das jetzt hier für eine große Portion, also wenn ihr auf der Party richtig Durst habt und zwar nehme ich hier ungefähr 250 ml an Früchtetier, kalten Früchtetier ist ganz wichtig und dann geben wir hier noch etwas Rohrzucker dazu und zwar nehmen wir hier einen Barlöffel an Rohrzucker dann nehmen wir noch 2cl an Ananassaft und 2cl Limettensaft und ich sehe gerade, ich habe das Eis vergessen im Shaker, also geben wir es jetzt noch nach das sollte euch nicht passieren, deswegen das Eis immer vorher reingeben und noch was, ich weiß in der Cocktailszene ist der hier nicht ganz so gut angesehen weil lieber natürlich frische Limetten nehmen, aber aus wirtschaftlichen Gründen nehme ich lieber diesen hier weil da kriegt man mehr raus, hat man keinen Abfall und ich finde 100% Direktsaft, der ist völlig in Ordnung, ist besser als Konzentrat und dann shaken wir es alles jetzt und dann nehmen wir uns ein großes Glas ich nehme jetzt hier so ein Hurricane Glas, so ein Tulpenglas und habe dann jetzt hier den Cocktail und gieße alles da rein und das war es auch schon wieder, lasst ein Like hier bei dem Video da, wenn es euch gefallen hat und schickt mir eure Fotos von euren Lieblings Driver Cocktails in die Facebook Pinwand, freue ich mich immer drüber und dann bin ich raus und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder